Ende Mai beendeten amerikanische Truppen Übungen zur Verstärkung des nördlichen Teils Finnlands im Falle eines Angriffs durch Russland. Die Vereinigten Staaten entsandten 2.000 Soldaten, um an dieser Übung teilzunehmen, was das erste Mal markiert, dass so viele Truppen nur für eine Übung entsandt wurden. Die Truppen der Armee durchquerten Norwegen und Schweden, um Finnland im Falle eines Angriffs vorzubereiten. Norwegen und Finnland haben Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnet. Auf diese Weise haben die amerikanischen Streitkräfte die Möglichkeit, in die Stützpunkte und Übungsgebiete in den tiefen nördlichen Teilen beider Länder einzudringen. Die amerikanischen Streitkräfte nahmen auch an der Übung teil, um sicherzustellen, dass die Armeen zusammenarbeiten können. Nach den Regeln der NATO wird von allen Verbündeten erwartet, dass sie helfen, ein angegriffenes Mitgliedsland zu verteidigen. In einem Gespräch mit dem Korrespondenten der Voice of America, Henry Wilkins, erläuterten der finnische Verteidigungsminister und amerikanische Offiziere die Bedeutung dieser gemeinsamen Übung für die Region. Sie betonten, dass Russland die Übungen nicht als Provokation betrachten sollte. Finnland hatte gute Beziehungen zu Russland gepflegt, bis es der NATO beitrat, was von Russland als gefährlicher Fehler angesehen wurde.